Heute sprechen wir mit Paul Ziemiak. Er ist Bundesvorsitzender der Jungen Union, er will im September in den Bundestag und geht diesen Weg in bunten Sneakers. Paul, die oder das Nutella? Ich glaube die Nutella. Lieblingsfach? In der Schule Deutsch oder Geschichte. Hassfach? Ähm, Physik glaube ich. Okay. Oder, ne, Kunst. Drei Dinge aus deiner Schulzeit, die du heute ändern würdest. Naja, eine Sache, das habe ich als Schüler nicht so gesehen, aber die ich heute ändern würde, das wäre der Unterrichtsausfall, den wir insbesondere in Nordrhein-Westfalen haben. Zweitens glaube ich, ein bisschen mehr auf Digitalisierung zu setzen. Das habe ich immer gehasst, dass viele Lehrer überhaupt keinen Zugang dazu hatten. Und drittens auch mal ein paar Lehrer, die so ticken wie wir und nicht immer total links sind. Du bist als kleiner Junge mit deinen Eltern aus Polen nach Deutschland geflohen. Wie gelingt gute Integration in der Schule? Ich glaube das Wichtigste ist Sprache. Und damit müssen wir sehr früh anfangen. Wer die Sprache nicht beherrscht, der hat keinen Zugang zur Gesellschaft, der hat keinen Zugang zur Schule. Und ich hatte Glück. Ich hatte viele in meiner Umgebung, die Deutsch gesprochen haben. Es gab keine Parallelgesellschaft. Deswegen hat es bei mir recht gut funktioniert und dafür bin ich dankbar. Wahlen im Bundesland ab 16 oder ab 18? Ab 18. Weil wenn ich das Wahlrecht als das höchste Recht ansehe, dann muss ich dazu kommen, wenn ich erst mit 18 alleine Auto fahren darf, dann sollte ich ja auch erst mit 18 wählen dürfen. Was wird am 15. Mai in unseren Schulen besser? Wenn die CDU regiert, hört dieses Schulchaos auf und man konzentriert sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben. Das ist Unterrichtsauswahl. Und nicht versuchen ganz radikal und auch ideologisch eine vermeintliche Inklusion voranzutreiben. Vervorständige folgenden Satz. Die Junge Union ist unsere Mission. Vielen Dank Paul. Danke dir.